Behandlung für starke Knochen und Gelenke Starke Knochen und Gelenke kann man durch natürliche Produkte erreichen, die zusätzlich zu einer ausgeglichenen, gesunden Ernährung von großem Nutzen sein können. Heute stellen wir dir ein einfaches Hausmittel vor, das je nach Fall ergänzend oder alleine für starke Knochen und Gelenke verwendet werden kann. Knochen und Gelenke stützen den gesamten Körper, deshalb ist es grundlegend, ihre Gesundheit zu schonen und Schmerzen zu verhindern, denn diese können die täglichen Aktivitäten sehr negativ beeinflussen. Durch die richtige Pflege von Knochen und Gelenken können Einschränkungen im Alltag und eine reduzierte Lebensqualität verhindert werden. Mit vorschreitendem Alltag kommt es zu Abnutzungserscheinungen. Knochen- oder Gelenkschmerzen entstehen sehr häufig als Konsequenz von Entzündungsprozessen oder Verletzungen und können zu chronischen Krankheiten führen. Die Symptome können variieren, doch irgendwann im Leben leidet fast jeder an diesen Beschwerden. Wenn dies der Fall ist, muss ein Facharzt konsultiert werden, um die genauen Ursachen festzustellen. Es gibt verschiedene Methoden, mit denen starke Knochen und Gelenke erreicht werden können. Häufig werden gesunde Lebensgewohnheiten mit natürlichen Heilmitteln kombiniert, um Komplikationen zu verhindern. Die Natur stellt uns verschiedene Quellen zur Verfügung, mit denen die Knochengesundheit gefördert werden kann. Auch viele Arzneimittel verwenden zumindest teilweise natürliche Stoffe. Viele Pflanzen, Samen, Öle und so weiter. Bergen wahre Schätze für unsere Gesundheit. Natürliche Lösung für starke Knochen und Gelenke. Anschließend empfehlen wir dir ein natürliches Heilmittel, das entzündungshemmend und antioxidativ wirkt und gleichzeitig die Knochen stärkt und Gelenkschmerzen reduziert. In diesem Heilmittel werden Honig, Rosinen und Gelatine kombiniert, die alle für die Knochen sehr wichtige Nährstoffe enthalten und Entzündungen und Beschwerden lindern. Dieses Heilmittel zeichnet sich durch eine Füll an natürlichen Enzymen, Ballaststoffen und Aminosäuren aus, die die Knochen und Gelenke stärken und schmerzstillend wirken. Darüber hinaus hat dieses Heilmittel folgende Vorzüge. Kalzium und Magnesium sind für die Erhaltung der Knochendichte grundlegend, insbesondere für Personen, die für Abnutzungen empfindlich sind. Das Heilmittel liefert auch kleine Mengen an Kalium, das den Natriumhaushalt ausgleicht und Flüssigkeitseinlagerungen im Gewebe verhindert. Es enthält einen wichtigen Anteil an Omega-3-Fettsäuren, die bekanntlich Entzündungen lindern und wirksam gegen Durchblutungsprobleme sind. Die biologisch hochwertigen Proteine sowie Vitamine und Antioxidantien fördern die Kollagenproduktion und schützen folglich die Gelenke. Das Heilmittel liefert auch viel Energie, wenn es regelmäßig eingenommen wird. Du kannst damit die physische und mentale Leistungsfähigkeit über den ganzen Tag hinweg verbessern. Rezept für starke Knochen und Gelenke. Zutaten. 2 Esslöffel Kürbiskerne. 2 Esslöffel Sesam. 2 Esslöffel geschmacksneutrale Gelatine. 5 Esslöffel Leinsamen. 3 Esslöffel Rosinen. 1 Tasse Honig. Zubereitung. Die Samen, die Gelatine, die Rosinen und den Honig in den Standmixer geben und alles gut verarbeiten bis eine homogene Mischung entsteht. Diese Mischung bewahrst du dann in einem verschließbaren Glasgefäß im Kühlschrank auf. 5 Einnahme. Nimm dieses Hausmittel am besten morgens auf nüchternen Magen ein, nach Wunsch auch vor dem Abendessen. Du musst es über einen längeren Zeitraum einnehmen, um Resultate zu sehen. Du kannst dieses Hausmittel auch in einer Tasse lauwarmen Wasser auflösen, damit du es einfacher konsumieren kannst. Im Kühlschrank maximal zwei Monate lang aufbewahren. Zusätzliche Empfehlungen. Um die Resultate zu optimieren, ist es notwendig, eine gesunde Ernährung einzuhalten. Ein paar Empfehlungen. Begrenze den Konsum von gesüßten Erfrischungsgetränken, Fastfood, Salz und Zucker. Iss mehr frisches Obst und Gemüse, mageres Fleisch und Vollkorngetreide. Wähl pflanzliche Milch, am besten mit Calcium und Magnesium, um Knochen und Gelenke zu stärken. Wenn du an Schwellungen und Flüssigkeitsretention leidest, solltest du nicht vergessen, viel Wasser und diuretische Getränke zu trinken. Ergänze eine gesunde Ernährung mit sportlichen Aktivitäten, die sich an deine Kapazitäten und Bedürfnisse anpassen. Deine Gelenke schmerzen und fühlen sich schwer an? Du möchtest Knochenbeschwerden vorbeugen? Dann empfehlen wir dir dieses einfache und rein natürliche Hausmittel. Es wird für starke Knochen und Gelenke sorgen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.